ein herzliches willkommen zur österreichischen bundesliga zur vorschau und zu meinen gedanken wie im letzten video über die abstiegsrunde wird es auch nun in der meisterrunde so meine prognosen geben chronologisch von platz sechs bis platz eins die teams meine gedanken zu dem ganz natürlich werden einige wechsel ganz schnell geht es wir werden es gleich im ersten beispiel sehen ich habe das schon erstellt und am nächsten tag kam der wechsel dementsprechend auch lusten auch hatte ich im letzten video gab es in den kommentaren einige ich habe es halt gesagt mit 14 mann kader wird man nicht weit kommen ich habe dann einen tag später ein interview vom trainer von lust noch gelesen der als sagte durch die kooperation mit clermont die als später ins training einsteigen verzögert sich immer erst dass die tiefen entspannt aber es werden sieben spieler kommen bei lust und dementsprechend eben bei meinen prognosen auch vorsichtig sein die saison startet am kommenden wochenende und die transferphase dauert ja über einen monat noch da kann noch so viel passieren das kann sich so schnell alles ändern bestimmte positionen spreche ich eher an die für mich so ein bisschen so ein risikofaktor ist und fragezeichen oder auch schwachstellen dementsprechend diese prognosen wir sind nicht in stein gemeißelt gerade eben dadurch dass die transferphase noch läuft viele spieler aus österreich den verein noch verlassen können das sind noch einige potenzielle abgangskandidaten und das werden wir auch in dem video sind sehen das sind einige schon wieder weg die ich noch aufgeschrieben hatte wir fangen direkt an mit platz 6 und für mich auf platz 6 wir wolfsberg der wac landen meiner macht einen sehr sehr guten trainer der war bei oscar win vorher war auch co trainer bei peter stöger auch beim ersten fc köln und so weiter und ich schätze den als sehr stark ein gewissen plan und taktisch habe ich jetzt in 442 ausgewählt das ist auch nicht in stein gemeißelt denn wir sehen im angriff barribo der hat heute den verein verlassen also beziehungsweise gesagt dass er den verein verlässt richtung mls wahrscheinlich dementsprechend hatte ich den eigentlich in der startelf drinnen wenn er eben nicht wechselt hier ist zimmermann im angriff gesetzt meiner meinung nach und somit wird statt barribo eingekraut thomas sabitzer reinrücken das ist so meine tendenz und röcher wird der joker sein und man wird sicherlich dann noch irgendeinen stürmer verpflichten frage ist halt welche qualität die kriegen kann es ein ergänzungsspieler sein und man sagt zimmermann und sabitzer wird die stur spitze sein die ich sehr attraktiv finde jetzt wo ich so sehe denke mir zimmermann und sabitzer das könnte funktionieren das ex rapid talent und dann noch eben sabitzer eigentlich relativ gute quote hatte sehe ich nicht unattraktiv röcher sowieso der edel joker der glaube ich den besten tor pro minuten schnitt hat der bundesliga in letzter saison alles was ich hier sagt kann sich schnell verändern durch irgendwelche transfers fangen wir im tor an auch hier bonnmann klare nummer eins aber auch er will anscheinend nach deutschland zurück darum wollte es ein bisschen das angebote haben soll aus der zweiten deutschen bundesliga deswegen finde ich sehr sehr attraktiv gürtelbauer hat auch im fb cup jetzt gestartet ist jetzt mal so ein kleiner indikator kann auch sein dass die kompletten teuter verpflichten es ist ja noch immer der teuter von ried sachin radlinger ist ja noch immer auf dem markt durch könnte mir das schon vorstellen dass der zum wolfsberg am ende landes wenn da ein plätzchen frei wird er hat ja noch einen monat zeit zu zocken darf sich natürlich auch nicht verspekulieren und endet er so wie andreas leitner damals von admira der meinte auch zweite liga ist nichts für ihn er geht mal irgendwo vereinssuche und am ende ist er irgendwo in der rumänischen liga gelandet also wie gesagt teuter technisch zwölf teams nur in österreich die meisten plätze sind belegt da muss man so ein bisschen gucken bleiben wir bei bonnmann als starter scherzer links erstmal gesetzt der junge ibertsberger ausgeliehen von red bull salzburg den sollte man es auf dem schirm haben gibt es aber leider noch keine karten deswegen ist scherzer für mich so ein riesofaktor rechts in den testspielen hat häufig novak gespielt hat einen neuen vertrag gekriegt mir gefällt aber jasic besser es war in summe eine 50 50 chance wer hier startet baumgartner sollte gesetzt sein und pisinger wird um die zweite position mit kennedy neu neuer verteidiger von regensburg relativ günstig die karten was ich gesehen habe auch schon wieder bis abgekühlt der könnte langfristig den platz ersetzen je nachdem er sich da ein findet pisinger ist meiner meinung ehemers und defensiver mittelfeldspieler der vielleicht die position von light gab übernehmen könnte der kapitän von wolfsberg der meinung meinung nach im zentralen mittelfeld nehmen altunaschwili gesetzt sein sollte sollten sie diese aufstellung spielen sollte nur mit einer spitze spielen und zwei flügel dann wäre meiner meiner rieder links gesetzt und wahrscheinlich verratschnik rechts beratschnik auch ein wichtiger faktor der kann auch rechtsverteidiger position spielen in einer dreierkette dementsprechend noch ein bisschen drauf achten omic ist ein interessantes talent könnte auch mehr einsatzzeiten kriegen herr spormer halte ich jetzt persönlich nicht so viel sind aber die vier zentralen mittelfeldspieler die da um die plätze spielen werden wobei ich halt eben light gibt und altunaschwili favorisieren würde auf der linken seite eben florian rieder sollte eigentlich gesetzt sein komplette linke schiene gehört ihm und dann gibt es diesen neuen jungen spieler tiani ballo habe ich hier mal eingekraut auf der rechten seite drin der kann man auch so im mittelfeld alles spielen links am flügel zentralen mittelfeld ein junges talent ex chelsea talent hat großes potenzial ist ein faktor wo man noch nicht wirklich weiß wurde er wirklich im ende eingesetzt wird wird man in den ersten ligaspieler sehen test spieler muss man immer vorsichtig sein wird viel experimentiert und dann wieder alles über den haufen geworfen irgendwie eine dreierkette da hat das doch nicht funktioniert und im fb cup spiel vielleicht noch was experimentiert und dann macht ein zwei bundesliga spielen sagt man nee zwei niederlagen kassiert man spielt dann doch eine andere taktik hier so würde ich mal einschätzen gerne in die kommentar schreiben ob ihr es irgendwie anders sieht wie gesagt ist alles nicht stein gemeißelt bei wolfsberg würde bei mir ein team stack folgermaßen aussehen bombern klar im tor dominik baumgartner in verteidiger sollte gesetzt sein aber auch ein bisschen wie gesagt wie immer bisschen auf die 11 15 kurs geachtet der also dort allgemein diskurs der letzten saison auf die gesamte saison 2022 23 und ja da die halt in dieses gewicht rein weil leid gibt ja vom score her schwächer war und auch ein bisschen verletzungsanfällig den habe ich jetzt rein geschmissen dadurch dass ich denke dass der doch stamm spieler ist wenn er fit ist und halt sehr sehr günstig ist immer man im angriff wie gesagt man kann entweder ihn nehmen oder sabitzer ich tendiere eher dass er mehr einsatzzeiten kriegen wird und hier habe ich jetzt mal tiernier tierno ballo reingetan der sehr starkes kurs hat gefällt mir gut der kostet drei euro im limited brech echt schon überlegen ob ich den hole aber ist halt noch so ein unsicherheitsfaktor sehr jung kann genauso sein dass der sich nicht durchsetzen auf der bank sitzt deswegen dieses line up ein bisschen spekulativ teilweise wenn ich hier bei wolfsberg mal runter gehen auf die 22 23 saison so tier wie gesagt baumgarten ganz ganz weit oben ist sie hätte auch gut ist jetzt aber da denke ich dass der halt dieses saison probleme haben könnte sabitzer natürlich sehr sehr interessant und ansonsten muss man halt gucken ja sicherlich nicht verkehrt auf der rechtsverteidiger position ist ein mittelfeldspieler und florian rieder hätte ich noch dazu getan der jetzt von klagenfurt gekommen den könnte man jetzt zum beispiel statt light cap oder ballo als mittelfeldkarte einbauen so würde ich mir das bei wolfsberg ein bisschen vorstellen da auf platz 5 denke ich denn ja den last und viele werden sich wahrscheinlich wundern warum platz 5 dem neuen trainer die im dietmark über letzte im sommer entlassen der manager hatte da unstimmigkeiten ich denke es lag an den plänen der kadergröße das ist ein 30 mann karte denn der last mountain hat und ich denke erfahrungsgemäß über die jahre solche riesen kader bringen immer turbulenzen egal bei welchen klubs es war desto größer der kader ist natürlich wenn er zu klein ist es auch nicht so wirklich förderlich wird es probleme geben ihr seht viele eingekraute spieler teilweise doppelt und dreifach dadurch dass auch der trainer jetzt gestern ein interview gemacht er selber hat noch keine stammelf im kopf das sagt schon mal alles im pokalspiel hat gefühlt eigentlich die gleiche elf wie von kübauer gespielt denke jedoch über die saison hin werden sicherlich die ein oder anderen spielern stammplatz sicher kämpfen wobei halt auch wieder trainer und manager heißt noch lange nicht dass die spieler eingesetzt werden wir kennen die prazo geschichte das nagelsmann zum beispiel die spieler von prazo oder auch flick zum beispiel ungern eingesetzt hat weil die halt nicht deren system oder in deren bild gepasst haben heute technisch laval würde ich mal als nummer eins setzen wenn an den ersten spielen solide performt so wie er gegen ende der saison gespielt hat das war sehr stabil nichtsdestotrotz sollte man sieben handeln nicht unterschätzen sehr sehr starker keeper sehr gute werte gehabt aber halt den sturm kratz einfach zu teuer gewesen man wollte keinen neuen vertrag geben lieber eine günstige lei wo man sich gehälter spart sieben handel würde ich nicht unterschätzen wenn man laval hat im doppelpack also ich habe gleich vier oder fünf karten von sieben handel da ich da schon ein bisschen spekuliere darauf dass das sicherlich irgendwann auf lange sicht noch was möglich sein könnte und im besten fall laval spielt eine starke saison und wird nächstes jahr verkauft für viel geld dann könnte sie im handel der nachfolger werden ansonsten von der taktik habe ich nun 451 ausgewählt das hat man so eine summe gesehen gehabt verteidiger renner luken eder ziereis und theoretisch stojkovic so hatten sie gespielt ob es so bleiben wird bezweifle ich wobei renner gefällt mir am besten ich weiß nicht wie bello an dem vorbeikommen könnte hingegen andrade könnte da irgendwo einen platz eventuell von ziereis übernehmen das könnte ich mir vorstellen ansonsten haben sie noch in der innenverteidigung den franzosen letart dann sind noch 20 und noch einige andere spieler die da noch lauern rechts im stojkovic war bei küber zu hundert prozent gesetzt jetzt haben sie einen jungen verteidiger holzern muss sie bar der relativ guten eindruck gelassen hat den stelle schätze ich sehr stark ein florian flecker wird wahrscheinlich wieder nicht irgendwie vorbeikommen an den ganzen konkurrenten auf den positionen wahrscheinlich in einer ergänzung spieler bleiben ich habe den form halber mal aufgeschrieben weil wie gesagt da kann alles passieren die tesspiele waren bunt gewürfelt defensives mittelfeld den leihspieler von eis rom da boi habe ich jetzt drin und michael bei ljubic auch gute chancen hätte stadt da boi mit michael zusammen im zentralen mittelfeld zu spielen jovic würde ich noch nicht unterschätzen ist auch noch im kader wenn sie jetzt eine defensive variante nehmen dann horvarts zum beispiel in der zentrale ansonsten der einzige der für mich vorne gesetzt ist ist zu liege in der aufstellung und eben halt im toller wahl wenn er sich ganz doof anstellt und ansonsten eventuell noch reine renner der eigentlich auf der linken position wenn das solide runterspielt auch platz sichert der rest da kann alles passieren gerade offensiv ljubicic ist auch noch ein kandidat der gehen könnte nakamura habe ich auch gar nicht das mal aufgeführt ich denke da wird den verein verlassen bis zum schluss ist einfach so also dann brauche ich gar nicht reintun ich gehe schon in die zukunft und denke dass der neue spieler aus frankreich von saint etienne pintor auf der linken seite einen stammplatz haben sollte der ist bei mir ein ganz heißes eisen und muss er konne wenn ljubicic geht wahrscheinlich sogar wenn ljubicic nicht geht denke ich dass der großes potenzial hat stammspieler zu werden was ich von dem bis jetzt gesehen habe ist das ein ganz 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 starker mittelstürmer denn sie da haben und auch variabel einsetzbar rechts geuginger gegen usa ist für mich so eine 50 50 chance ansonsten haben sie noch hussein balic der noch im kader ist er könnte eventuell wieder verliehen werden dann sonst wenn man sich den kader von laska anguckt ich habe noch akos cash cash oder wieder heißt nicht drinnen gab philipp wiesinger ist noch da ein ehemaliger spieler aus der red bull salzburg schmiede eigentlich relativ gut ist aber sehr lange jetzt verletzt war die fehlen jetzt hier noch in der aufzählung habe ich gesagt sanusi bar halte ich für ein sehr starkes talent von red bull leipzig dabei könnte natürlich auch ein großer spieler sein oder genauso floppen dass der halt nur noch auf der bank sitzt das heißt nicht integriert ist bei leihspieler muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein und der offensiver seht ihr da fehlen noch zum beispiel elias havel von dem hat man relativ viel geschwärmt dass das ein großes talent ist haben sie von liefern jetzt geholt ibrahim mustafa habe ich zum beispiel noch nicht mal drinnen dann noch hier links außen adil taui der hat jetzt auch noch nicht aufgeführt ist auch ein fragezeichen also eine offensiv haben sie 2468 zehn spieler noch auf drei positionen wie sich das ausgehen soll ist mir jetzt ein rätsel dementsprechend die laska aufstellung ist einfach so nach meiner theorie aufgeführt und platz 5 ist einfach weil der trainer eigentlich noch relativ unerfahren ist und so ein riesen kader zu bewerkstelligen amtssprache in der kabine ist englisch was natürlich auch ein bisschen strittigkeiten bringt unter den österreichischen spieler und das sind doch noch immerhin einige vertreten die halt in ihrem eigenen land jetzt englisch reden müssen so ein profi verein ist das jetzt auch nicht lasst dass man sagt man ist jetzt irgendwie beim fc bayern oder so ähnlich oder bei berufsia dortmund also ich bin da sehr sehr skeptisch beim entwicklung von lasc und versuche sobald der europa cup startet die qualisspiele meine lasc spieler alle abzugeben da ich von lasc nicht so wirklich überzeugt bin dann zur wundertüte lasc hier laval im tor renner renner als defensiv karte doch mittelfeld spieler karten aber in der defensive ist für mich so renner renner der einzige der so ein bisschen am ehesten safe und stammplatz hätte mittelfeld sich peter micho als favoriten auf dem stammplatz und im angriff eben wie gesagt robert zu liebt der wollte zu 99 prozent gesetzt sein und geheimtipp für mich ist lenny pinto auf der links außen position das wäre so vom lasc als team steckt wenn jemand meint nähe ich irre mich platz fünf werden die niedrigen und platz zwei mitspielen dann würde ich mir die mannschaft so vorstellen als team stack auf platz 4 und 3 ich nehme es vorweg sehe die beiden wiener vereine auf platz 3 und 4 fangen wir halt mit rapid wien an irgendwer muss damit anfangen könnte genauso aus der wien vierter werden ich finde die haben viel zusammenbehalten bis jetzt und auch die trainer sind jetzt geblieben man hat eine saison vorbereitung gespielt was ganz gut aussieht und hier bei rapid wien auch hedel im tor klar gesetzt man vertrag verlängert gardland die nummer zwei brauchen nicht reden vierer kette sollte gesetzt sein und rechts der slowake koschelnik das sollen die kandidat sein backup schick und mohrmann wo man kann auch in der zentrale spielen und in der in verteidigung hier zweckowitsch und querfeld werde ich als favoriten sehen ich weiß es nicht wie fit querfeld jetzt ist soll bauer hat in den testspielen gespielt hat es anscheinend trainer nicht schlecht gemacht dementsprechend zweckowitsch wahrscheinlich zu 90 prozent gesetzt querfeld will ich so sagen 60 70 prozent soll bauer 30 40 das sind so zwei risikofaktoren und der vierte in verteidiger ist dann hoffmann den man auch nicht unterschätzen sollte je nachdem wie zweckowitschalt performt natürlich haben die große stücke auf den gesetzt beim beim einkauf wenn er sich doof anstellt in den ersten spielen kann der wieder auf der bank land das ist so mit den ganzen legionärseinkäufen kann natürlich auch schnell in andere richtung gehen und wir haben ja schon mittlerweile genug rapid beispiele gesehen von spielern die ja auf keine zweistellige saison einsatz summe gekommen sind defensives mittelfeld page ist verletzt deswegen denke ich mal kershbaum und kreil wird meiner meinung nach starten ein anderer kandidat ist auch noch nicolas sattelberger ein junges talent hat auch in den testspielen relativ viel gespielt könnte auch noch interessant sein die karten meiner meinung nach sind so ein bisschen überteuert fünf euro muss man abwarten dass sich so entwickelt ist also ein bisschen oberhalb wie ein verletzter spieler behandelt am ende kriegt er vielleicht doch nicht seine einsatzzeit vor allem jetzt zahlst du fünf bis sieben euro limited bereich ich finde es im bereich fairer 50 60 70 euro um den dreh wie gesagt ist ein 18 jähriger spieler denn kannst du noch je viele jahre einsetzen vom preis her 67 euro für so eine karte kriegst für viel viel weniger geld gleichwertige karten das heißt noch lange nicht dass er ein guter score ist man hat keine erfahrungswerte also ich würde vorsichtig sein nichtsdestotrotz denke ich dass der mal starten wird in kombination mit kershbaum erst mal und wenn page wieder fit ist dann sollte er wieder gesetzt sein linker flügel und rechter flügel cool und nicolas kühn sollten zu 90 prozent gesetzt sein bei ist flexibel einsetzbar links rechts sollte oder backup sein neues talent seidel wird wahrscheinlich der hinter der spitze spielen und dem schwärmen alle auch an die karten im erweiterten nationalteam karte gab den haben sie vom zweitligisten vom aufsteiger blauer es linds geholt und im als mittelstürmer burgstaller gesetzt hat sich aber jetzt verletzt kann sein dass er die ersten paar spiele verpasst dementsprechend majolo oder strunz sollten da die backups sein rapid wien relativ simpel da gibt es eigentlich fast gar nichts was man besser aufstehen kann meiner meinung nach als teamstechnik das hedel gesetzt jonas also der beste verteidiger von den stats her der auch am sichersten spielen wird können und krüll beide auf den flügel gesetzt vor allem der bayern spieler nicolas gerrit kühn sollte sich spielen gut und guter burgstaller ist halt das thema von der fitness her ist letztes jahr kaum verletzt gewesen das sollte man nicht außer acht lassen also ich würde mir das stürmer backup unbedingt holen und wer auch immer in den ersten spielen statt burgstaller spielen wird den würde ich so als backup karte mir holen wenn ich mich wenn rapid wien stack entscheiden wird ansonsten marco krüll ja von den stats so einer der stärksten gewesen und den offensiv karten her der zweite wiener verein habe ich schon angekündigt hier kann es natürlich kompliziert noch werden taktisch habe ich sie mal so angesetzt mit seiner 2 2 mittelfeld kann natürlich auch viel viel variabel eingesetzt werden da muss man noch ein bisschen abwarten auf jeden fall tor früchte gesetzt groß die nummer zwei es rumort dass früchte nach deutschland zurückkehrt ich bin aber ein bisschen skeptisch denkt dass er noch nennen ja bleiben wird und danach wird sicherlich wieder eingebote geben die etwas konkreter sind weil ich denke nicht dass er sich irgendwo in der bundesliga auf die bank setzen wird wenn er hier noch immer zumindest europa cup spielen kann natürlich wenn sie die quali vergeigen und dann halt nicht europa cup spielen kann er gegen september kurz vor der deadline da noch irgendwas passieren diesen faktor sollte man auch noch im auge behalten ansonsten in verteidigung martins und der wieder genesene abwehrchef galvao sollten gesetzt sein martins ganz ganz starke saison gespielt und den dritten platz ja von bis ne meister hat gespielt handel hat gespielt alle nicht so überzeugen klar wird hat man geholt von ried den finde ich persönlich sehr sehr gut und da denke ich dass er den dritten platz hier langfristig übernehmen wird rechts ranftel man gesetzt und links der neue die neu verpflichtung grue noche sollte eigentlich sehr spielen manuel polsters junge talent ist kein schlechter sehr sehr jung aber halt in defensiv extrem fehleranfällig sehr sehr viele patzer gemacht und dementsprechend wenn es mal irgendwo mal einen rückstand gibt dann wird polster spielen oder irgendwo gehen der schwächeren gegen ansonsten grue noche erst mal gesetzt und nicht vergessen potzmann den würde ich auch nicht unterschätzen der kann rechts als auch links spielen und bei ball taxa das ist schon fragezeichen bei mir da kann ich überhaupt noch nicht einschätzen welche rolle der im verein spielt kann sein auch dass er den verein vielleicht sogar noch verlässt sonst mittelfeld holland habe ich drin glaubt 34 ist er jetzt hat beim neuen trainer sehr sehr viel spielen dürfen nach seiner verletzung also der schätzt denn anscheinend richtig richtig toll ein braunöder würde ich sonst neben ihm setzen oder im juki wobei ich halt braunöder soweit sehe dass mindestens einer von den beiden fitz oder braunöder wird den verein verlassen im schlimmsten fall sogar beide also beide sind irgendwie gefragt im ausland es ist so relativ ruhig aber es hat geheißen vom sportdirektor dass die angebote auf dem tisch liegen von den spielern fitz braunöder und der dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein dementsprechend kann da noch was passieren fischer sollte gesetzt sein ist jetzt durch sogar kapitän geworden das ist so der dauerbrenner ganz ganz starker spieler gefällt mir gut denke dass das auch so eine club legende werden könnte ansonsten habe ich hier noch wucic strame und huskovic drinnen auch junge talente die potenzial hätten ihre einsatzseiten kriegen wo ich bei denen eher außenseiter chancen sehe und vorne tabakovic da hat sich anscheinend alles so ein bisschen beruhigt aber auch hier verpassen sie den europa cup wird es wieder heißer natürlich müssen sie dann wieder einnahmen generieren nicht zu vergessen austria wien hat den großen schuldenberg dementsprechend wenn da sinnvolle eigenangebote reinflattern könnten sie den noch abgeben dann hat man auch im hintergrund kruber und ragus wobei krakus ist für mich so ein fragezeichen haben wir euch für 1,5 millionen geholt was relativ viel geld ist und dadurch seit eineinhalb jahren ja noch nicht mal ein trainingseinsatz irgendwie gehabt weil der dauerverletzt ist bei austria wien kann man sich zusammen basteln was man gerne möchte war ist eigentlich von der aufstellung her wie ich es gezeigt habe relativ klar was halt ist ich habe so ein bisschen fischer nicht drinnen den könnte man zum beispiel statt james holland rein tun dafür ist halt james holland absolutes schnäppchen juki kostet auch nur zwei euro könnte man sich dazu holen ich würde hier mit marvin martins und galvao als verteidiger gehen dadurch dass die sehr gut punkten können ansonsten wie gesagt im tor früchte gesetzt und im angriff habe ich jetzt tabakovic reingetan also relativ simpel dominik fitzer ist natürlich so ein kandidat braunöder könnte man noch einbauen also da hat man die qual der wahl wie man es halt gestalten möchte weiter geht es mit sturmkratz auch hier die sind bei mir auf platz zwei weil sie einfach den großteil des kaders zusammen behalten haben und ja ansonsten verstärkt haben sich mit dem teuter scherpen der hat mir ganz gut gefallen bis jetzt den hat man jetzt ausgeliehen von ich glaube wie these anheimen oder so ähnlich bignetti die nummer zwei wobei könnte auch maritz die nummer zwei werden da ist man so ein bisschen unschlüssig also hier sollte auf jeden fall klar scherpen gesetz sein wo es natürlich nur rare karten bisher da sollte die auch vorsichtig sein wenn die neuen limited karten kommen der preis am anfang ist immer ganz ganz weit oben und irgendwann fällt darunter irgendwo wahrscheinlich irgendwann mal auf 30 40 euro je nachdem wie weit die europa cup kommen die vierkette schneck meiner gesetz war uns auch sogar im nationalteam dabei wüttrich affengruber sollte in verteidigung bilden und gasi begowitsch rechts so lange gesetzt solange halt bei sturmkratz spielt hat auch angebote gehabt anscheinend von stuttgart und so ist ein bisschen ist ruhiger geworden dadurch dass die jetzt andere prioritäten haben die teuter position da habe ich mir stückler zum beispiel geholt so als alibi natürlich wenn gasi begowitsch den verein verlässt denke ich werden die da noch mal am transfermarkt aktiv ansonsten dante auf der linken seite der könnte eventuell auch noch den verein verlassen dann würde man wahrscheinlich auch noch irgendwo was junges holen der offensive mittelfeld gesetzt jon stankowitsch korani und stankowitsch auch kapitän serrano ist mir fast schon wieder zu defensiv bei der position ich denke eher dass der im zentralen mittelfeld platz finden wird der junge spanier links prass sollte gesetzt sein auch ein riesentalent sollte er auch bleiben auch er ist gefragt rechts würden sich horwart und hier länder so ein bisschen die position streiten bei horwart auch die zehner position spielen könnte um zur not wo momentan kiteshvili gesetzt wäre wobei jakob janscher ja die frage ist jakob janscher spieler dann die zehner position mittelstürmer neben sakaria da kommt es halt immer auch taktisch darauf an was die da großartig vorhaben das sind so die position also janscher würde ich nicht unterschätzen aber als sehr sehr verletzungsanfällig dementsprechend ich würde ihn mir persönlich nicht holen wesel dem mark habe ich vergessen da glaube ich dass man den wieder verleihen wird und bis september vielleicht noch irgend jemanden anderen holt und im angriff habe ich auch im mega nicht mehr drinnen der wird ziemlich sicher wechselt zu straßburg sakaria hat früher sahne saison gespielt der wird wahrscheinlich ein sturmpartner kriegen lodat schickte neue verpflichtung aus polen oder texera der letzte so mir nicht so gut gefallen hat aus lustenau gekommen ist hat dass ich nicht hundertprozentig zurechtgefunden können natürlich der dene böwing seine chancen kriegen und ansonsten auch fußini habe ich jetzt stehen der soll jetzt zur hardback verliehen werden der fällt jetzt hier auch mal weg ansonsten relativ übersichtlich die aufstellung bei sturm graz wenn die so zusammenbleiben es ist ein sehr sehr attraktives team für mich daran teamstex sich aufzustellen weil die rotationsgefahr von der größe des kaders bei weitem nicht so hoch wie zumal bei einem laske wo ich nicht mehr wüsste wo ich da anfangen soll wer safe spielen wird am ende wechselt wirklich jedes spiel die komplette mannschaft aus da hast du auch keinen spaß dran bei sturm graz hatte ich schon angekündigt es gibt halt nur eine rare karte von scherpen im tor dementsprechend teamstex sehr schwierig zu bauen und wenn man jetzt auf 100 prozent teamstex gehen würde ansonsten wüttrich sich als stärksten verteidiger kassi begovic natürlich könnte gehen david schneck ist auch noch interessant da gibt es schon einige varianten die man sich zusammenstellen kann ich habe es favorisiert wüttrich dadurch dass der halt so der fels in der brandung ist in der verteidigung man kann aber auch affengruber zum beispiel nehmen oder eben dass sie begovic mistelfeld alexander prass für mich zum beispiel gesetzt und ansonsten es gibt nur defensivkarten von jon gorenz stankowitsch hatte mir eingebildet es gebe mittelfeld spieler karten aber ne dem ist nicht so den würde ich halt noch dazu packen also als kapitän zu der staubsauger in der defensiven mittelfeld und manprit sakaria das relativ teuer ich glaube liegt bei knappe 30 euro tendenz stange steigend ich habe noch vergessen zu erwähnen bei austria wien hier halt vorsichtig sein aktuell ist der europa cup apple früchte kostet schon über 50 euro ja ist natürlich ein blöder zeitpunkt die preise sind etwas überteuert da müsst ihr ein bisschen aufpassen wenn ihr aber eh vor habt im europa cup kann in den midweeks euch ein lineup aufzubauen dann ist natürlich okay aber dann müsst ihr natürlich den überteuerten preis aktuell zahlen kommen wir zum meisterschafts favoriten jedes jahr dasselbe auch hier hat sich einiges getan wer es mitgekriegt hat sportdirektor freund hat den vereinen verlassen ist jetzt bei münchen gegangen und ja positiv ist das jaisle noch trainer bleibt wobei ich bin da auch skeptisch ob der da so lange durchhält nachdem sein body jetzt den vereinen verlassen hat das ist nämlich für mich ein riesengroßer faktor und natürlich sollte man das im auge behalten neue trainer wird dann sicherlich einiges verändern bleiben wir bei der taktik schlager ist die nummer eins geworden nachdem ins köhn gewechselt ist ich habe es beim xxl torhüter video schon angekündigt man holt nicht einen torhüter der im nationalteam spielt macht den mit 27 jahren zum torband trainer dann hat einfach versucht den torhüterpreis für köhn hoch zu halten knappe zehn millionen also acht bis zehn millionen mit boni etc sind dabei rausgekommen ist für den torhüter sehr sehr viel geld aus einer österreichischen bundesliga also es ist nicht so dass irgendwie wie bei feldspielern die 100 millionen herumgeschmissen werden also das geld ist schon sehr hoch und das wollte man hochhalten dementsprechend die haben ja gegrinst beide der schlager und der freund wie sie gesagt haben ja nummer zwei verpflichtet hahaha und so bla 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 es war klar können wird wechseln hatte genug angebote auf dem tisch und man wollte das halt hochhalten und was ich vom mantel bis jetzt gesehen habe dabei bei alburg mit denen ist abgestiegen hat auch kaum spiele gehabt es ging ende der saison wo alles offnungslos schon verloren hat gewesen ist und bei salzburg war der jetzt auch nichts irgendwie bewegend ist dass der irgendwie groß eindruck geschunden hat vor allem philipp köhn ist an dem komplett vorbeigezogen hat sich im gegensatz zum mantel zu einem spitzen kippe entwickelt während mantel da ein bisschen stehen geblieben ist und schlager bei last sehr souverän gewesen kommt auch aus der red bull salzburg schmiede und in meiner markt wird auch nummer eins werden im national team dementsprechend ich setze da große stück auf ihn kann aber natürlich daneben liegen wenn er da die ersten drei vier spiele reihenweise patzer produziert was ich mal nicht glaube dann kann sich es natürlich der wind auch drehen aber da bin ich mal positiv gestimmt die viererkette tercic ulma tercic ist noch nicht fix verpflichtet aber ich denke dass das auf der ziel geraten ist ulma spielt seine letzte saison hat noch leise hoffnungen dass er bei der m mit auf den zug springen könnte damit sprechen wird er auch immer wieder ein bisschen sicherlich geschont dass er nicht sich so gerade bei den schwächeren spielen wahrscheinlich nicht spielen champions league kann ich mir vorstellen dass er da gesetzt ist in den champions league spielen und guindow ist verletzt ist sicherlich ein talent für die für die zukunft da sollte man so darauf achten pavlovich soli sollten innenverteilungstechnisch safe gesetzt sein sollten sie bleiben beide haben reihenweise angebote zu leben und ein bisschen heißer durch von inter mail an so ein bisschen verfolgt ansonsten bei du und ok werden so die nachfolger wieder nachrücken würden man hat auch wieder noch junge talente verpflichtet piatkowski auch gefragt ich denke dass der auch wechseln wird wenn nicht dann ist der variabel einsatzbar der kann rechts spielen dadurch dass jetzt wander brempt zu hamburg gegangen ist so ein kleines zeichen dass man vielleicht piatkowski doch behält und das backup für die die so ein bisschen das rotation beide können auch in verteidiger spielen die die und piatkowski ich glaube dass das schon so ein bisschen hintergedanke ist wenn soli geht dass vielleicht einer von den beiden in die in verteidigung rutscht das ist so meine theorie kann natürlich auch ganz anders kommt vielleicht setzt sich bei du durch der auch ein riesen talent ist wobei ich jetzt mich eher festlegen würde daraufhin jetzt so lege dass die in verteidigung pavlovich piatkowski und rechts dedich sein könnte vor allem ich habe das spiel gegen hamburg gesehen dedich ganz 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 stark und auf der rechten seite gar nicht mal so steif wie man es gewohnt ist ja sehr offensiv stark gefällt mir sehr sehr gut ansonsten das dreier zentrale mittelfeld da kann natürlich alles passieren man als für sechs millionen bits trupp geholt in denen aus der premier league großes talent kapaldo ist so fast schon routine jetzt mit gleich 24 25 jahren auch so ein bisschen liebling meiner meinung nach von trainer jaisle kjergat könnte einen durchbruch schaffen so von mein gefühl her und gurna dodat der dodat oder wenn man den ausspricht der fehlt mir auch irgendwo drin der hat auch mehr potenzial ist aber auch noch extrem jung wird auch so seinen platz finden also das wären so die vier kandidaten im mittelfeld die für mich große chancen hätten suchitsch da kommt es wieder auf die fitness drauf an und ansonsten gibt es die beiden talente die und kameri und forson die habe ich in den test spiel noch im letzten spiel ende der saison gesehen vor allem kameri ja beide kameri und forson ganz ganz starke talente die werden ja ich denke mal spätestens nach dem winter da wird wieder im winter paar transfers geben da werden sie irgendwo ihren platz finden weil ich denke glück der israeli wenn dann noch nicht vor dem ersten september wechseln dann spätestens im winter ist der auch weg ist auch eigentlich ein sehr sehr starker spieler da denke ich dass kameri forson da reinrücken werden so die einschätzung im mittelfeld für mich aktuell und im angriff ich würde jetzt sechs namen hier reingeschrieben jetzt hat kräuter heute den vertrag verlängert bekommen fernando soll bis september wahrscheinlich nicht spielen das ist noch immer nicht fit soll irgendwas schwieriges sein verletzungstechnisch ich denke seko kräuter sollte der stürmer sein und irgendeiner aus dem trio radkopf sie mit und konate sollte der partner werden ich denke am start konate hätte gute chancen hat sich ganz gut eingefunden letzte saison die letzten spiele hinten raus war er als backup gar nicht so verkehrt radkopf kann ich noch schwierig sagen was das die sache ist den haben sie aber auch teuer gottler fünf millionen der wird auch nicht direkt auf der bank sporen und sie mit bei dem konzert auch auf die finesse drauf an ob das soweit ist eigentlich auch ein großes talent was sicherlich seine einsatzzeiten kriegen wird und wer wir ganz ganz stark gefallen hat war nene dort gelässt habe ich auch in dem spiel gesehen war ist sehr schnell das ist eine riesen granate turbo also der gefällt mir gut ich denke in summe das tor gelässt eventuell verliehen werden könnte vielleicht sogar auch noch sie mit dazu also mindestens einer von den sechs stürmern wir sicherlich noch verliehen werden so meine einschätzung von red bull salzburg das wäre hier so mein salzburg steck defensiv hat man die quali wahl ob pavlovich soli die die stadt kann man sich ein bisschen austoben plus die backups schlagern natürlich im tor gesetzt im mittelfeld habe ich ihm gesagt die vier spieler kommen in frage für die top 3 ich habe zoppel glock nicht können den kann man jetzt natürlich auch noch einbauen in den israeli wie man es gerne möchte ist natürlich alles ein bisschen teurer cabaldo ist ein dicken günstiger und ich meine er ist einfach ein trainer liebling wenn er gesund und fit ist spielte grundsätzlich und im angriff habe ich jetzt kräuter reingetan dass die vertragsverlängerung meiner meinung zeichen ist dass er spielen wird und ich fand er hat es relativ gut gemacht kann auch die 10er position von glock spielen also sehr variabel einsetzbar taktisch gut einsetzbar entsprechend hätte ich den favorisiert und amade wie gesagt sehr stark gefallen aber auch halt ein sehr sehr teuer als spielerin ist immer mal als captain schlagern gucken was das team kosten würde von red bull salzburg sieht von stets da geht es schon einiges nach oben hin und 0,06 eth kostet das team so jetzt mal auf den schnapper das wären so circa 110 euro was zum teams der kosten würde natürlich sollte man immer sich noch ein paar backups noch dazu und gerade im mittelfeld eventuellen kehrer card oder eben glock du hast dann natürlich noch mal tendenziell ein bisschen teurer macht um die seht da geht schon einiges punkte technisch auch hier mal ein bisschen nach oben hin 347 359 punkte faktor ist halt natürlich das geschlager ab und zu mal am ende nicht gespielt hatte natürlich auch kräuter lange verletzt war und somit hinten raus ein bisschen hier fehlt von den wert der kapal doch reinweise verletzt und pavlovich hatte auch ein paar aussetzer verletzungstechnisch und von gelbsperren her ja das war das meisterschafts update der österreichischen bundesliga das sind so meine einschätzungen über die saison gerne die kommentare schreiben was denkt ihr bin schon gespannt auf euer feedback und in diesem sinne danke fürs zusehen gerne leichter lassen und dann bis zum nächsten mal